Uuuuhuuu! Komm, Wehla, wir gehen in den Wald spielen! Mama, wir sind in den Wald spielen, tschüss! Tschö, viel Spaß! Danke, Mama! Komm! Jetzt erst da hinten, Erben nehme... Such den Schatz! Such den Schatz! Such den Schatz! Also, ich glaube, dass das hier einen Kobold darstellen soll. Und das hier ist so eine Art Gorilla und das hier ist wahrscheinlich die blöde Waldhexe. Glaube ich auch. Ich glaube, das hier ist der Schatz, wo wir hin müssen. Ja, glaube ich auch. Oder lass uns mal die Karte umdrehen. Dann würde es E... E-Trak-T-T-A-H-T-S. Okay, ich kann sie selbst nicht sehen. Dann gehen wir so entlang, treffen zuerst die Hexe. Hier treffen wir dann bestimmt den Kobold. Und dann den blöden Gorilla, der wahrscheinlich den Schatz bewacht. Wahrscheinlich. Wir sind hier, ne? Ich glaube, wir müssen da lang. So, dann lass uns mal uns auf die Suche machen, oder? Ja. Ja. Wo kommt ihr denn, der Herr des Wegs? Wo wollt ihr hin? Was kann ich tun? Sie wollen einen Schatz finden. Wir haben eine Karte. Sie weist euch den Weg. Der Weg ist weit. Der Weg ist lang. Und mein Kind kann zeigen, was sie mir machen. Nehmt es mit, ob ihr euch den Weg zeigt. Und jetzt, ich lasse meinen Weg. Hier entlang. Danke. Danke. Komm mit, ich zeig euch den Weg. Bitte, helf mir den Kobold zu befreien. Nein. Ja, können wir. Komm, wir regeln das. Ja, da komm. Komm, da müssen wir mal drauf. Komm raus, bitte. Dann haben wir den Weg weiter. Wir suchen nach diesem Schatz hier. Hahaha. Da müsst ihr erst mal ein Rätsel lösen. Was ist größer als Gott? Und was ist böser wie der Teufel? Die haben, haben es. Und die Reichen brauchen es. Und wenn du es isst, dann stirbst du. Was ist das? Ich werde dir das nie erraten. Den letzten, den ich getroffen habe, den habe ich in die Flucht gejagt. Ich glaube, ich weiß es. Was denn? Nichts ist das. Oh nein! Dafür kriegt er hier diesen Schatz. Es ist eine Gabel. Ha ha ha! Reingefallen! Und nicht kitzeln! Wo ist der richtige Schatz, Gorilla? Sag es uns! Der richtige Schatz! Ich hab dich! Jetzt werfe ich dich auf den Boden! Feier! Ab auf den Boden mit dir! Auf den Boden! Auf den Boden mit dir! Lein dich auf den Boden! Da ist er nach hinten! Da ist... Da ist sieh, ich hoffe, dass ich schrecklich clever bin! Da ist um. Wood auf den Boden! Untertitelung des ZDF, 2020